Wir haben unseren Torwart jetzt hier am Start und der ist so schlecht im Tor, dass wir ihm für jede Parade, die er heute macht, 100 Euro geben. Oder vielleicht auch noch eine Minute. Aber du kannst heute Geld verdienen, wenn du denn mal einen Ball hältst. Junge, Alter, Nervosität direkt. 13.2. geht die Saison wieder los. Wir können aufsteigen. Deswegen jetzt ein bisschen Motivation mit Parade. Ich würde ja sagen, wir könnten sowas auch mal im Spiel machen, dass wir sagen, pro Parade im Spiel kannst du auch Geld. Aber wir lassen dich nicht mehr spielen. Das trinkt 17. Alles voll mit Schweiß. Okay, ab und zu mal mit dir. Let's go. Wir sind heute zu Gast in der Straßenkicker Base, der Fußballhalle von Lukas Podolski. Die Halle bietet einiges rundum Fußball und hat jede Menge nice Fußballplätze, die ihr alle einzeln mieten könnt. Also vielen Dank, dass wir hier drehen durften und let's go. Ich glaube, der Meli mag uns insgeheim gar nicht. Der kommt hier nur hin, weil er nebenbei ein bisschen Geld verdienen kann. Okay, wir fangen erstmal natürlich gediegen an, nicht direkt mit den hohen Beträgen. Natürlich. Das ist auch ein kleines Tor und ein sehr großer bzw. breiter Torwart. Das ist nett ausgedrückt. Deswegen Freistöße, wenn man es so nennen kann. 1 Euro pro Safe, 2 Euro, wenn er ihn festhält. Ich schieße nur flach. Ich hau mal einen in den Winkel. Also abladen, du kriegst dich mal das voll. Oje, okay. 1 Euro. Je nachdem, wie schnell wir schießen können, das ist ein guter Stundenlohn. Ja. Ich weiß schon nicht mehr, sagen wir 2 Euro. Ich glaube, der hat jetzt 8. 8, 8, 8. 8, 8. Melee, 9. Wir können uns den ersten 10er fertig machen hier. Boah. Ey. Die kommen gut. Auf Kleinfeld wäre Meli eine Maschine. Fuck. Der hat Sinn, achte. Kannst du mit dem Ball da gleich spielen? Nope. Festhalten, Meli. Festhalten. Nein. 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 Wir verlieren so viel Geld. Aber wir haben es doch. Ah. Wir haben es natürlich auch. Oh, 16. Das war natürlich dabei, Leute. No Flags. No Flags. 17. Wohnung verkauft, nur um dieses Video zu machen. Das ist gut. Challenge. Diese Challenge endet erst, wenn wir einen Tor machen. Ja, okay. Okay. Du kannst dich dumm und dämlich verdienen. Ja, okay. Aber jetzt ist es Zeit für mich. weiter zu gehen. Dope. Ich sehe ja nicht mal das vor, wenn Emilia rauskommt. Ich sehe ja nicht mal das vor, wenn Emilia rauskommt. Oh Gott, ey. Der weltberühmte Hüften-Ausrenker-Schuss. Oh Gott, ey. Der ist so ganz seitenaus. Willst du, Emilia, reich machen? Scheiße. Man muss mit Power. Also ohne Power würde ich sie essen. Ja, ja. Tilo Kera-Lackelball. Oh. Eine Viertelhundert. Oh Gott, ey. Der lässt doch gar nicht schießen. Wie sollen wir denn reinmachen? 28. Let's go. Oh, vorbei jetzt hier. Der links unten funktioniert doch immer. Schnapp, ey. Das hat schön geklatscht. Wie klatscht? Ja, ja, ja. 28 Meili. Ich sage mal ehrlich, da war mehr drin. Auch danke an die Straßen-Kickerbase hier in Köln, dass wir drehen dürfen. Das Wetter draußen ist grauenhaft. Sehr korrekt. Wie Melis Torwart-Skills. Deswegen? Ja, aber gerade war es gar nicht so schlecht. Naja, das Tor ist auf Meili. Fühlen schlecht. Aber jetzt gibt es 10 Euro pro 1 vs. 1. Müssen wir uns auch mal ein bisschen steigern. Das der Held. Ja. Nennt man das das der 1 vs. 1. Ja, irgendwie so. Wenn dann 1 vs. 1 verhindert, 10er. Jeder 5 Versuche. Machen wir. Jeder 5. Kann da ein Huni mitnehmen. Aber ich glaube, das wird nichts. Ja, also wenn es um 10er geht, dann wird da halt reingesweatet. Der wollte an meinen Zip, Alter, wieder da so. Ja, ja, hau. 10 Euro. Jetzt muss man schon ein bisschen sweaten. Standard-Ballrolle. 10 Euro. 10 Euro, Alter. 10 Euro, Alter. 10 Euro, da bleibt er auch. Bob. 10 Euro, Alter… Nein, verdammter. Was ärgert! Was machst du? Musst du klein, Alter. Das muss man noch probieren, ey. Hör mal, warum ist das so schlecht? Ich probier's mit Gewalt. Gewalt funktioniert auch nicht. Was soll ich denn noch machen? Im 1 gegen 1 ist der Medi scheinbar gut, ne? Muss man anerkennen. Was soll ich denn noch machen? Merkt euch meinen Namen, Holzi. Wer hat die Weisheit mit Löffeln gegabelt? Gar nicht! Ey, du Hund, Alter, du Hund, du Hund! Bruder, in drei verschiedene Filme hab ich den geschickt, Alter. Spider-Man No Way Home war der. 98, ne? Hier, wenn du den fängst, bist du auf 100. Letzter, ich hab noch einen, ich hab noch einen. Du musst auch ein bisschen arbeiten für das Geld, ne? Ich fang schon mal an. Das Geld ist heftig. Das Geld ist heftig. Star. Kamera beschlägt schon von seinem Atem. Ja, nütz von mir. Was soll ich denn sagen? Kannst du jetzt wie viel Mangal dünner leisten? Bitte? Wie viel Mangal dünner kannst du jetzt leisten? Bruder, war das grad deutlich? Ich hab nichts verstanden. Ey, dritte Challenge. Meli, dem geht's gut mit seinen 110 Euro. Dritte Challenge, kann er jetzt noch mehr Geld machen. Wir müssen Seitfallzieher oder Feilrückzieher. Oder Feilrückzieher. Gehen auf Flugkopfwelle? Ja, Hauptsache wir sind in der Luft. 20 Euro. 20 Euro und dann gucken wir mal. Dann gucken wir einfach mal. Gucken wir mal. Ja, du musst doch selber gucken hier. Ja, guck mal hier. Alles weg. Oh, nix mit 20 Euro. Ganz gediegen. Nix der Typ. Jetzt kann man langsam auch mal den Schmuck ausziehen. Da ist der nächste. Links unten wie ein Dreckiger. Wenn es irgendwen gibt, der uns mal Geld gibt, wenn wir Tore schießen. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Lukas Podolski zum Beispiel. Wie wärs? Oh, Junge, der hält nix hier heute. Hier ist unser Platz. Sorry, Meli. Ey, sexy. Da kann ich nichts mehr sagen. Ansage vor, selbst auf kleine. Er ist mal da. Er ist mal da. Oh mein Gott. Ruhig, ruhig. Also, was ist das? Da hat man natürlich auch ein bisschen Angst vor diesem Holz. Die Hammer. Dumm von mir. Egal. Da hätte er sexy sein können. Wie viel hast du? 150 jetzt genau. 150. Nein, das ist auch weh. Also nicht im Geldbeutel, sondern im Körper. Never change a running system. Panna, Panna, Panna. 150 Euro weg. Mir fehlen die Worte. Ich kann ihn nicht mal mehr fertig machen. Der macht sich selber fertig. Was, ey? Nein, da ist sein Fuß einfach da. Das kann nicht wahr sein. Der kann zehn. Komm, ein Held zum Armee. Boah. Oh, Stopp. Wann machen wir das jetzt? Ja, quasi. Machen wir jeder noch einen. Okay, ja. Ja. Nope. Nein! Warum klappt es nicht? Ready, ready, ready. Ready, ready. Ready, ready. Nein! Irgendwie lange war der Posten. 2,30. Ey. 230 ist eine stattliche Summe. Aber wir gehen jetzt noch einmal wirklich in die ultimative Challenge. Wie gesagt, jetzt 100 Euro pro Safe und wir schießen von sieben Metern. Sozusagen ein Elfmeter, aber von sieben Metern. Jeder Ball ist jetzt wirklich 100 Euro wert. Wir schießen jeder drei Elfmeter und wir haben nicht super viel Geld dabei. Deswegen liegt es auch an uns. Ich will jetzt hier keinen verschießen. Boah. Oh, mein Herz, Alter. Ich mach's knapp. Ich mach's knapp. Mein Herz. Der ist nur so und dann hat man mal platziert. Verlieren wir kein Geld. Wir verlieren wir kein Geld. Wir verlieren wir kein Geld. Das ist ja... Das ey, so Druck. So ein Schuss. Einfach dann 100 Euro weg. Ja, Kreis Liga B, Relegationsspiel. Wenn wir den treffen, sind wir bereit. Boah. Das ist ja da in die Ecke gespricht. Irgendwie im Gefühl, dass der Medlin noch einmal einen auspackt. Aber der ist auch die ganze Zeit links und rechts gegangen. Sicherer Elferschütze. Mietet mich. Das nagt an meinem Ego. Ich will noch einen Schuss haben. Das ist ja auch ein Schuss. Der ist einfach direkt verletzt. Der ist einfach direkt verletzt. Was ist das für mich? Digger. Ja. Und jetzt auch noch mal, Meli, wenn du willst, alles oder nichts machen. Alles oder nichts? Bist du dabei? Ja. Der ist ja schon kurz unnächtig geworden. Ah, Digger. 330 Euro. Ja, ja. Hier, für das neue Knie 350. Legen wir noch was drauf. Das Knie ist draußen, aber der Elfer war trotzdem drin. Hast du gut gemacht, Meli? Guckst du dann, wie du nach Hause kommst, ne? Ja. Ciao dann. Ich höre dich kurz gleich. Scheiße. Lass dein Like da. Ernsthafte Verletzung hier von Meli, ey. Simulant. Der kann sich nicht mehr bewegen. Ey, Meli. Wir haben hier einen Simulant. Meli, Döner jetzt. Wir machen ein Outro mit liegendem Meli. Ja, also, danke fürs Zuschauen. Also, Real Talk Meli. Für diesen Einsatz 350 Euro. Musi, bleib weg. Bleib weg. Du sollst wegbleiben. Gib mir das Geld. Du weißt dich aus Schmerzen, aber nimm bitte dieses Geld. Hast du dir verdient. Und vielleicht gibts sogar wirklich noch einen Döner unter. Und ein neues Knie. Ciao.